Ja, herzlich willkommen aus der Praxis Mirakura. Mein Name ist Christoph Arnold und ja, ich stelle hier einfach ein paar Möglichkeiten vor, wie du selber deine Heilung ein wenig in die Hand nehmen kannst. Ja, ich muss selber so ein bisschen meine Heilung in die Hand nehmen. Meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ja, deshalb passt das auch gut, denn der heutige Teil geht darum, dass wir erst einmal unseren Atem beobachten und ja, einfach auch den ersten Impuls, dass wir da vielleicht den Atem jetzt dann bewusst steuern wollen, erst einmal vorbeigehen lassen und erst nach einer gewissen Zeit dann mal anfangen, tiefer ein- und auszuatmen und dann wieder den Atem loszulassen und dann zu schauen, ob das irgendetwas schon bewirkt hat. Okay, ja, legen wir los. Schauen wir mal, wie der Atem geht. Und jetzt nimm zwei, drei Atemzüge in deiner Art, wie du atmest. Und dann lass wieder den Atem ganz normal werden. Ja, der Nebeneffekt ist, dass du einfach die Zeit nimmst für dich, ruhig wirst. Zur Ruhe kommst, ganz automatisch und dadurch deinem Körper die Chance gibst, ja mehr innen zu arbeiten, innerlich an deiner Heilung zu arbeiten. Und das ist, denke ich mal, immer sinnvoll und das soll es auch heute schon gewesen sein. Nimm dir gerne jetzt nochmal, wenn du nicht mitgemacht hast, wirklich nochmal die Zeit, dass du den Atem beobachtest, dann ein paar tiefe Atemzüge ganz bewusst machst und dann wieder den Atem sich selber überlässt. Und schaust, wie er langsam immer ruhiger, ruhiger wird vielleicht, weiß nicht, kann das ja nicht sehen bei dir. Ja, und wenn du magst, dann schließe ab mit einem Lächeln auf dem Gesicht, dass du noch ein paar Atemzüge mit einem Lächeln begleitest. Und vielleicht einen kleinen Unterschied für dich spüren kannst. In diesem Sinne sage ich danke und gerne bis morgen, dann werden wir weiter an der Atmung arbeiten.